Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen des Monats. Bevor wir anfangen, wir haben auch diesmal wieder eine Verlosung, mehr dazu gibt es am Ende des Videos, also dranbleiben. Ja, liebe Zwillinge, Freundschaft und Spaß in der Clique sind im März großgeschrieben. Singles, lasst euch doch von euren Freunden verkuppeln. Festliierte, genießt ihr fröhliche Zeiten im gemeinsamen Freundeskreis. Schauen wir jetzt erstmal auf eure langfristigen Aspekte in den Erlebnishintergrund. Da habt ihr also die zwei Planeten, die im Moment so unglaublich fürs Prickeln sorgen, im guten Aspekt zu eurer Sonne stehen, nämlich Glücksplanet Jupiter. Der steht überhaupt top für euch im fünften Haus der Kreativität und Sexualität. Also es dürfte auch ein sehr sexy Monat für euch werden. Und den Uranus im Haus der Freundschaft, also da ist richtig viel los, sieht man hier schon. Also das könnt ihr euch vorstellen als eine Dauerparty. Und das Ganze eben in einem schönen Aspekt zu eurer Zwillinge Sonne sehr positiv. Und deswegen reißen wahrscheinlich auch die positiven Aufregungen nicht ab. Und diese schöne Konstellation spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und dem 16. Juni Geburtstag haben. Bei Festliierten ist es so, dass die also symbolisch gesehen jetzt den Pluto im Haus der Ehe haben. Das spricht natürlich einerseits für eine sehr starke Vertiefung, die man in der Beziehung erleben kann. Vielleicht auch neue Grenzen, die man also sexuell erklimmt und Sachen, die man ausprobiert. Also das ist wirklich eine sehr große Tiefe und auch sehr sexy, diese Konstellation. Aber es kann zu Konflikten kommen, wenn ihr zu leichtfertig rumflirtet. Vielleicht eben auch im Freundeskreis oder wenn es da zu Missverständnissen vielleicht kommen kann. Also achtet da ein bisschen drauf, dass ihr da niemanden auf den Schlips tretet. Dann haben wir ja auch noch den brummeligen Saturn in eurem Partnerhaus. Damit haben jetzt immer noch einige Zwillinge der letzten Dekade zu kämpfen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile im Gange. Es kann aber auch ein Partner anzeigen, der einfach nur wirklich sehr seriös ist und wirklich jetzt mal langsam ernst machen möchte mit euch. Der steht nämlich durchaus auch in einem positiven Aspekt zu dieser Spannung hier. Also hier ist dieses Flirten, neue Leute kennenlernen, viele, viele schöne Erlebnisse im Freundeskreis haben und vielleicht dann wirklich auch eine Begegnung erleben, die was Ernstes bringt. Das ist eigentlich sehr positiv für euch. Also insofern denke ich, dass ihr zu denjenigen gehört, die von diesen Konstellationen besonders viel haben. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder vom 15. bis 21. Juni. Klar kann Saturn auch heißen, dass man eben Auseinandersetzungen hat oder dass der Partner sehr kritisch ist oder dass man jemanden trifft, den man vielleicht gut findet, der aber sehr kritisch ist oder sehr brummelig, keine Zeit hat und zurückgezogen ist. Klar, aber dadurch, dass der Aspekt hier gut ist, glaube ich, dass der Saturn in diesem Monat nicht ganz so schlecht gelaunt ist wie sonst, sondern eben jemand anzeigt, der vielleicht ein bisschen Starthilfe braucht, den man auch mal ein bisschen auflockern sollte und der dann vielleicht auch Spaß hat und trotzdem seriös ist. Vielleicht einfach ein Steinbock. Okay, dann ist das Quadrat Neptun noch ein bisschen kritisch. Ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile und bleibt auch eine ganze Weile für euch. Das ist einfach ein Symbol dafür, ein Zeichen dafür, dass es für manche Zwillinge sehr darum geht, ob sie in ihren Formulierungen klar sind, ob sie Vereinbarungen einhalten können, ob sie sich selber darüber klar sind, was sie wollen. Und für die ist es dann eben auch sehr wichtig, für Klarheit zu sorgen. Von der Sonne her, von der Zwillinge-Sonne her, betrifft dieser Aspekt besonders die Geburtstagskinder vom 31. Mai bis 5. Juni. Aber je nachdem, wenn ihr andere Planeten, besonders auch den Merkur in dieser Spannung auch habt, dann seid ihr davon auch betroffen. Deswegen, also alle Zwillinge bitte gut zuhören. Neptun steht für euch auch im Haus der Karriere. Das kann zum Beispiel gewisse Unklarheiten auch anzeigen, die vielleicht dazu führen, dass ihr nicht so recht wisst, wohin es gehen soll. Jetzt ist aber die Sonne auch dabei. Und die Sonne ist jetzt, die sorgt jetzt glaube ich schon dafür, dass euch Dinge auch klarer werden und dass ihr jetzt auch in den nächsten Wochen auch, was die Karriere angeht, gut vorankommt. Aber hier haben wir eben unter Umständen auch längerfristig so ein Chef, der nicht weiß, was er will oder eine unklare Situation in der Firma, wo ihr nicht wisst, geht es weiter oder nicht. Das sind alles so Sachen, die vielleicht auch natürlich euer Beziehungsleben ein bisschen belasten können, weil sie euch beschäftigen. Genau. Und auch wichtig, sehr wichtig sogar, ist jetzt die neue Opposition ist ja erst seit kurzem zu Lilith für die erste Dekade. Für die Geburtstagskinder vom 21. Mai bis 29. Mai. Ihr habt nämlich die Lilith im Partnerhaus in Opposition zu eurem Zeichen im Schützen stehen. Und das kann also wirklich ganz, ganz prickelnde Begegnungen anzeigen, die sowohl euch Zwillinge Frauen in Verbindung, in Kontakt mit der inneren Göttin bringen oder für zwillinge Männer eben einfach bedeuten, dass sie eine Frau kennenlernen, die für sie eine Göttin ist, aber eine ziemlich kratzbürstige. Ja, das muss man dazu sagen. Es ist nicht so wie Venus. Venus ist ja so liebreizend, raffiniert mit den Waffen einer Frau und so weiter. Während Lilith eben diejenige ist, die sagt, ich bin, wie ich bin und entweder du akzeptierst mich so oder du kannst gehen. Und das ist aber natürlich auch sehr faszinierend. Ja, wenn die Männer, die das mögen, die werden darauf anspringen. Und solche Begegnungen sind jetzt halt betont. Und ihr Frauen könnt durch Begegnungen mit einem interessanten Mann in Kontakt mit eurer eigenen inneren Göttin kommen. Aber denkt dran, die ist eben auch recht kratzbürstig. Und manchmal tut das auch ein bisschen weh, weil man dann daran erinnert wird, ob man sich vielleicht als Mädchen oder junge Frau irgendwas abgezwackelt hat oder sich irgendwie selbst unterdrückt hat, um zu gefallen. Ja, weil Lilith will nicht gefallen. Lilith will authentisch sein. Und das kann einen manchmal in Kontakt damit bringen, dass man in seinem Leben vielleicht versäumt hat, an bestimmten Stellen authentisch zu sein. Das kann dann erstmal schmerzhaft sein. Aber trotzdem empfehle ich euch, euch darauf einzulassen. Ist wirklich schon eine tolle Konstellation, um Lilith eben auch zu begegnen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, ich habe ja ein Buch geschrieben über Lilith, Lilith, die Weisheit der ungezählten Frau. Und kann euch natürlich auch in einer Beratung mehr dazu sagen. Ja, soviel jetzt erstmal dazu. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Eingeläutet werden die von dem Neumond am 26. Februar, der auch als Sonnenfinsternis erscheint oder erschien. Und der jetzt für euch auch auf die Achse Beruf, Karriere und Familie fällt. Also auch Entwicklung, ganz stark. Also Entwicklung im Leben ist da ganz stark angesprochen. Und vielleicht gibt es auch beruflich größere Veränderungen. Vielleicht auch der eine oder andere wird vielleicht umziehen, um sich beruflich zu entwickeln. Das könnte das zum Beispiel bedeuten. Auch da empfehle ich euch natürlich, wenn ihr sowas spürt, wenn es euch wichtig ist, wenn ihr wissen wollt, wo es lang geht, da vielleicht mal eine Beratung zu buchen, wenn ihr spürt, dass ihr davon betroffen seid. Auf jeden Fall jetzt hier im Sonnenhaus Horoskop bedeutet es eben, denkt drüber nach, wo ihr hinwollt in eurer Karriere, wo euer Weg hinführt und wer euch dabei auch unterstützen kann. Genau. Ja, dann geht der Monat los mit lauter schönen Konstellationen für euch, denn wir haben die Liebesplaneten Venus Mars im Wetter stehen. Das heißt, das ist Prickeln, das ist Flirtfördern und das Ganze im guten Aspekt zu eurer Zwillinge Sonne hier. Die blauen hier, die zielen alle auf die Liebesplaneten mit Uranus zusammen. Also sehr prickelnde Konstellationen, vor allen Dingen auch, wenn ihr mit einer Truppe von Leuten loszieht. Hier im 11. Haus haben wir einfach die Gruppe von Leuten, die gemeinsam was unternehmen und dabei tolle Leute kennenlernen. Übrigens auch eine gute Idee, wenn ihr in einer Gruppe was lernt, wenn ihr vielleicht ein Seminar besucht oder euch dahingehend oder auch euch politisch interessiert, also so Gleichgesinnte mit Leuten zusammenfindet, mit denen ihr da zusammen was erreichen wollt. Das ist auch alles gut jetzt hier mit der Venus, um die Liebe zu finden. Genau. Und zu flirten und so weiter und so fort. Nur eben bitte denkt dran, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dann könnte das schwierig werden. Und ich weiß ja, dass die Zwillinge schon sehr flirtfreudig sind und eure Flirtfreudigkeit ist extrem angeregt zurzeit. Und das macht vielleicht auch vor dem einen oder anderen Zwilling in fester Beziehung nicht Halt. Also wenn ihr einen Partner habt, der Zwillinge ist, Männer sind dann noch etwas schlimmer als die Frauen, dann gebt auf den Acht. Aber natürlich immer so an der langen Leine lassen. Also ihr dürft dem Zwilling natürlich nie Druck machen. Das ist hier, das kann eben dann auch für den festen Partner nach hinten losgehen, wenn der Druck ausübt für den Zwilling. Also Zwillinge darf man einfach nicht unter Druck setzen. Denen muss man das Gefühl geben, dass man interessant und spannend ist. Und manchmal auch, wenn sie dann vielleicht, wenn man das denkt, flottet der fremd, dass ihr dann selber was tut, was das Interesse des Partners wieder weckt. Also jetzt für alle, die den Zwillinge Partner haben. So, jetzt wieder zurück zu denen, die selber Zwillinge sind, also zu euch oder Zwillinge Ascendent auch. Es geht weiter gleich, glaube ich, mit dem Top-Tag. Genau, der erste ist auch gleich ein Top-Tag, weil eben der Mond das auch auslöst, weil das alles sehr schön zu eurer Zwillinge Sonne steht. Sehr, sehr anregend alles. Genau, dann auch am Freitag auch ein guter Tag für euch. Und zwar für die Festliierten. Da geht nämlich der Mond hier im Stier in gutem Aspekt zu Pluto und kann da manche Spannung rausnehmen. Ist dann an dem Freitag vielleicht ein guter Tag, um sich mal mit seinem Schatz zu unterhalten, vielleicht Missverständnisse auszuräumen, wenn das nötig sein sollte. Genau. Dann am 4. beginnt ja die Rückläufigkeit der Venus. Alles bei euch im Freundeskreis. Da kann auch dann wirklich dieser Klassiker passieren, dass euch jemand, mit dem ihr schon lange befreundet seid, gesteht, dass er euch eigentlich liebt oder es kommt jemand aus der Vergangenheit. Also sehr prickelnd auf jeden Fall. Also da könnt ihr, wenn ihr Single seid, habt ihr die wirklich exzellente Chance, jemanden kennenzulernen, weil es jetzt auch wirklich in einem guten Aspekt zu eurer Sonne steht, mit dem Jupiter zusammen. Also ihr kriegt da die volle kosmische Dröhnung. Genau. Aber für euch gilt natürlich auch besonders das, was ich in der kosmischen Schwingung gesagt habe. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht verletzt werdet oder andere nicht verletzt, sondern ihr müsst euch das erstmal ein bisschen angucken, erstmal Spaß haben. Aber das ist für euch ideal, weil Zwillinge lieben den Flirt um des Flirts willen. Diejenigen, die wirklich da erstmal Spaß dran haben und jetzt nicht gleich an eine feste Bindung denken, für die ist das wunderbar. Für die anderen, die eine seriöse Bindung sorgen wollen, die müssen sich vielleicht dann neue Flirts erstmal noch ein bisschen anschauen. Aber da ist ja dann jederzeit der Saturn, der dabei helfen kann, dass es dann auch seriös wird. Also deswegen habt ihr Top-Sterne. Ihr könnt ja nicht meckern. Also klar, mir hat jetzt zum Beispiel auch eine Zwillinge-Frau gepostet, dass es ihr nicht so gut geht. Ich kann das natürlich nicht alles abdecken, was für euch los ist im Horoskop. Viele Zwillinge haben auch Planeten im Krebs und die kriegen dann jetzt wieder eine Dröhnung von Pluto. Wenn ihr sowas habt und ganz klar merkt, dass das Zwillinge-Horoskop alleine euch da nicht weiterhilft, dafür bin ich ja dann da, um für euch mal in der Beratung dann nachzuschauen. Das müsst ihr halt dann auch sehen. Genau, jetzt machen wir weiter. Wir haben jetzt hier einen Top-Tag am 9. für euch mit einer schönen Mondposition. Mond im Löwen ist auf jeden Fall gut für die Zwillinge. Da kommt Freude auf, ist auch sexy, Mond im Löwen. Also da habt ihr bestimmt Spaß. Am 10. wechselt der Mars das Zeichen. Geht dann für euch ins 12. Haus. Das kann also sein, dass ihr dann ein paar Wochen habt, wo ihr vielleicht ein bisschen schlapp seid und nicht so viel Energie habt. Wenn das der Fall sein sollte, da würde ich da jetzt gar nicht mich drüber aufregen, sondern denkt einfach dran, das geht auch wieder vorbei. Und weiterhin bleibt euch aber die Venus als Liebesplanet und auch als Energiespender erhalten, weil die ja im Wider steht und von daher auch schon viel Energie ausstrahlt, wo ihr auch was von abkriegt. Genau, der Vollmond am 12. ist auch eine gewisse Herausforderung für euch, weil er für euch in Spannung stattfindet hier. Fische Jungfrau steht in Spannung zur Zwillinge-Sonne mit Neptun dabei. Da geht es eben auch um Erkenntnisse, wo wollt ihr hin nochmal, wie könnt ihr euch darüber klar werden und vielleicht auch, wie kann euch die Familie oder eure Herkunft dabei behilflich sein. Also reflektiert da mal über Familienthemen und Karrierethemen, wie die in eurem Leben zusammenspielen. Und hier könnte ich mir vorstellen, Unterstützung aus der Familie würde helfen. Das zeigt auch dieser Aspekt hier für diejenigen, die einen festen Partner haben, Familie haben. Die können sich darüber dann vielleicht klar werden mit dem Vollmond. Genau. Und dann am 13. geht der Merkur auch in den Wider. Super für euch. Also am 13. abends. Deswegen wird es mir hier noch nicht so ganz angezeigt. Aber am 14. ist er dann auf jeden Fall im Wider und dann für die nächsten Wochen bis Ende des Monats und steht damit auch in einem guten Aspekt zu euch. Ist super. Merkur immer wichtig für euch. Also das solltet ihr genießen. Auch wieder für Aktivitäten, für gesellschaftliche Aktivitäten aller Art. Auf Partys, zu Versammlungen, in Gruppen euch engagieren, mit Leuten zusammen losziehen. Das sind alles super, super, super gute Gelegenheiten, um zu flirten oder einfach um Spaß zu haben. Und sexy ist es auch hier mit dem Jupiter im fünften Haus. Also viele von euch werden sich über ein erfülltes Sexualleben nicht beklagen können. Genau. Top-Tag ist dann auch der 14. hier mit dem Mond in der Waage, der dann eben diese schöne Konstellation noch mal extra auslöst. Auch noch mal vielleicht interessante Affären in euer Leben bringt. Und der 18. ist auch noch ein Top-Tag und zwar für Singles. Denn da geht der Mond hier in Konjunktion mit der Lilith. Also wenn ihr eine wirklich prickelnde Affäre sucht, die euch verändert und euch in Kontakt mit eurem, mit euren wilden Instinkten bringt, dann ist das vielleicht ein guter Tag dafür. Am 20. geht dann ja auch die Sonne noch in den Witter. Frühlingsanfang steht auch super zu euch. Zwillinge und Witter ist ja auch, passt ja auch gut zusammen. Viele Zwillinge entscheiden sich für einen Witterpartner und fahren sehr, sehr gut damit. Und diejenigen, die jetzt einen Witterpartner haben, der steht natürlich sowas von unter Strom. Da seid ihr jetzt genau die Richtigen, um das aufzufangen oder eben von der Lebhaftigkeit her da auch mitzuziehen. Die kritische Phase, die wir dann vom 24. bis 30. haben, die könnte eben für festliegerte Zwillinge kritisch werden. Dass ihr da vielleicht die Partnerschaftskrise durch Fremdflirten riskiert. Im Zweifelsfalle könnt ihr vielleicht eure Freunde bitten, euch da zu unterstützen und oder vielleicht auch mal, dass sie mithelfen, miteinander zu reden. Am besten ist natürlich, ihr habt gemeinsame Freunde, wo man das so ein bisschen, wo die Energie denn so ein bisschen sich entladen kann. Dann zieht ihr einfach mal mit den gemeinsamen Freunden los. Das ist gut. Und es ist aber auch so, dass ihr dann ja die Sonne, dass die Sonne mit der Venus zusammenkommt am 25. und wahrscheinlich kann man euch dann auch wieder mal nicht böse sein, wie so oft. Weil ihr einfach irgendwie immer ein witziges Wort habt und euer Charme ist dann einfach wieder mal unwiderstehlich. Das könnt ihr natürlich auch ruhig nutzen, wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, um euren Partner zu besänftigen. Aber ihr solltet es schon ehrlich meinen. Also nicht zu leichtherzig. Also die festliegerten sollten dann nicht zu leichtherzig sein, sondern wirklich auch gucken, dass sie ihrem Partner da nicht wehtun. Oder auch, wenn ihr am Flirten seid, dass wenn da jemand ist, der ernsthafte Gefühle investiert und ihr nehmt es vielleicht gar nicht so ernst, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen klärt, damit ihr da eben keine Verletzungen verursacht bei anderen. Genau. Und am 31. geht dann der Merkur für euch. Ach nee, da ist ja jetzt noch der Neumond am 28. sehr wichtig, denn der betont dann auch wieder diese Freundschaftsausrichtung. Also das bleibt weiterhin Thema und dann könnt ihr ja da mal drüber nachdenken. Neue Freunde finden, ist dann sehr schön gestellt. Und auch, wenn ihr Unterstützung braucht für Projekte, dafür steht dann der ganze Monat gut, da könnt ihr ja zum Beispiel mal drüber reflektieren. Ach, ich will das und das Unternehmen. Wer kann mich dabei unterstützen? Wie können wir uns da austauschen? Wie können wir da eine Win-Win-Situation kreieren und auch noch Spaß dabei haben? Das steht dann alles unter guten Sternen für euch. Schließlich und endlich tritt ja dann der Merkur am 31. in den Stier, damit in euer zwölftes Haus. Das begünstigt die Zwillinge, die spirituell unterwegs sind für Meditation, für Kontakte in die geistige Welt. Wenn ihr daran interessiert seid, ist das eine gute Konstellation. Die anderen Zwillinge merken dann vielleicht, für die kann entweder eine Verwirrung entstehen oder manchmal ist Merkur in 12 auch, dass ihr Informationen auf seltsamen, hintergründigen und unerwarteten Wegen bekommt. Also wenn ihr eine Information dringend braucht, dann lasst mal einfach los oder wünscht euch das vom Universum und dann kommt die Info vielleicht auf eine Art, mit der ihr gar nicht gerechnet hättet. Das kommt dann auch oft vor. Ja, meine Lieben, soweit die Konstellationen im März. Und was jetzt euer Geburtshoroskop angeht, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, diejenigen Zwillinge, die sagen, Mensch, für mich ist das alles gar nicht so toll, die haben vielleicht Positionen, die eben von den anderen Planeten doch eine Dröhnung kriegen oder die haben Schwierigkeiten mit Saturn. Es kann halt auch sein, es ist für manche Zwillinge auch nicht so ganz einfach, obwohl er ja gut steht in diesem Monat. Dann ruft mich einfach an und fragt mich, vereinbart eine Beratung mit mir oder meldet euch auf meinem Telefon für einen Hotline-Termin. Ich bin auf jeden Fall für euch da. Und dann gibt es in diesem Monat noch am 11. und 12. März einen Workshop über Liebeshoroskope, Kombinhoroskop und Synastrihoroskop besprechen wir da. Das ist ein Kurs für Fortgeschrittene, aber wer sich auskennt, kann da gerne noch einsteigen. Nähere Infos findet ihr auch hier eingeblendet oder auch in meinem Infowebinar könnt ihr euch da informieren. Also ich bin im Internet eigentlich auf allen Ebenen zu finden und ihr Zwillinge, ihr wisst ja auch, wie man an Informationen kommt. Das ist da sicher gar kein Problem für euch. Meine Webseite findet ihr unter antonialangsdorf.com. Und jetzt noch zur Verlosung. Also wenn ihr mitmacht und mir einen netten, konstruktiven und interessanten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil jetzt in den nächsten vier Wochen. An der nächsten Verlosung 15 Minuten Beratung, vielleicht auch zum Partnerhoroskop oder um euch klar zu werden, was ihr so für Planetenpositionen habt, kann das sehr nützlich sein. Also macht mit, vielleicht gewinnt ihr ja. Da würde ich mich freuen. Weitere Links und Hinweise unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.